Willkommen zurück nun von der Eistraummaschine, danke Tim, zur Waffenboutique. Und was haben wir da heute, Ralf? Heute habe ich für Sie den Liebling aller Übeltäter weltweit erprobt in mehr als 75 Kriegen. Es ist die AK-47 Kalaschnikow. Komm mit rüber, Ruth. Sehen wir uns dieses herrliche Gerät einmal an. Hier ist es. Wunderschön. Davon haben wir 10.000 Stück an geheimen Orten im Ausland gelagert. Greifen Sie zu. Oh, ich glaube, dass ich da auch schwach werden könnte. Also rufen Sie an, die Leitungen sind frei. Und wenn Sie innerhalb der nächsten Stunde anrufen, gibt es bei jedem Kauf als Zugabe Gratis-Munition für ein ganzes Jahr. Wie Sie bezahlen können? Bares ist gern gesehen oder Schwarzgeld von Ihren Auslandskonten. Und natürlich nehmen wir auch Diamanten. Ralf, was meinst du, kannst da Schwierigkeiten geben? Nein, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn zum Glück gibt es ja recht praktische Schlupflöcher bei den Waffenhandelskontrollen und das weltweit. Also keine Angst, es gibt keine Probleme. Sehr gut zu wissen, Ralf. Und auch gut fürs Geschäft, nicht wahr? Vielleicht fragen Sie sich gerade, ist so eine Kalaschnikow nicht schwer zu bedienen? Keine Sorge, es ist kinderleicht. Was denken Sie, was Kindersoldaten täglich in der Hand halten in Liberia oder der Demokratischen Republik Kongo? Doch nicht sowas hier. Oh doch, die AK-47 Kalaschnikow. Ich sehe, wir haben jetzt den kleinen Uwe hier bei uns, der uns das einmal vorführt. Okay, Uwe, wenn du dann soweit bist, schieß los. Wow, das haut mich ja total um, Ralf. Also wenn Sie jetzt auch so begeistert sind, dann rufen Sie an. Ich muss sagen, dass ich jetzt absolut überwältigt bin. Ganz präzise Kopf, Lunge, Herz, komplett zerfetzt. Fantastisch. Genau. Und wenn Sie auch so begeistert sind wie wir, dann rufen Sie jetzt an. Die Telefonnummern sind wie immer eingeblendet. Ja, verpassen Sie dieses Schnäppchen nicht. Okay, wir melden uns gleich wieder. Was haben wir dann, Ruth? Oh, wir haben Tim noch einmal, der Ihnen jetzt gemeinsam mit Eva einige hochmodische Dessous präsentieren wird. Auch reizend als Geschenk.